Woche 49 Gottesbeziehung Da die Ich-Rolle keine wesenshafte Identität hat, lebt sie von Zuschreibungen, dem Bedürfnis nach Anerkennung, Erfolg, Zuwendung, Besitz, Macht, Einfluss, Zärtlichkeit und Liebe. In der Gotteszuwendung darf man die Ich-Ebene übersteigen. Mutig verlässt man diesen Wertparameter, der einen an die Begrenztheit gebunden hatte. Die Gotteszuwendung kann aber nicht instrumentalisiert werden, um sich das Bedürfnis nach Geborgenheit und Zuwendung zu befriedigen, denn dann wäre sie augenblicklich lahmgelegt und unaufrichtig und folgedessen kraftlos. Im Überlassen stößt man zum Geheimnis des eigentlichen Selbst vor, welches in Bezug mit Ratha-Krishna steht und dadurch nicht mehr berührt werden kann von Ängsten und Enttäuschungen, Begehren und Bedürfnissen. Der Gottesbezug macht einen frei von der Selbstdefinition anhand von Leistung und Anerkennung, von dem, was die Menschen über einen denken und sagen. Man ist einfach das, wie er einen sieht, die wundervolle, vor Liebe übersprudelnde Seele. Wie vermag es eine Seele, die von der materiellen Natur gebunden ist, ihre Beziehung mit Sri Krishna aufzunehmen, der sich gänzlich jenseits der materiellen Natur befindet? Die Einsicht, dass es für uns unmöglich ist, diese Beziehung von uns aus zu etablieren und nach unserem Dünken zu gestalten, stellt das Grundverständnis von Bhakti dar. Doch durch Gottes eigene Arrangierung, die man Gnade nennt, wird er selber von der Seele angezogen und gerät unter ihren Liebeseinfluss. Wenn Krishna seine eigene Svarubananda, in Klammer, die inhärent in ihm existierend Freude, in der Seele reflektiert sieht, erscheint sie ihm aufgrund der Eigenheit und einzelnen Ausprägungen der individuellen Seele nun noch anziehender. Wenn diese Gnadenkraft Krishnas aufgrund der Bereitschaft der Seele die Beziehung initiiert, wird dies beginnende Bhakti genannt. Obwohl die Sonne sehr weit weg ist, vermögen wir sie zu sehen aufgrund des Lichtes, das sie selber aussendet. Deshalb ist es wesentlich zu verstehen, dass Bhakti nicht gemacht wird, sondern darum nur gefläht wird. In jedem Leben beginnt diese Gnade anzuklopfen und gibt der Seele eine Möglichkeit, zur Gottesbeziehung einzuwilligen. Dann reift die Seele in das Liebesverständnis mit ihm hinein. Im Zustand der vollständigen und lebendigen Hingabe, in Klammer Sadhana Bhakti, vermag man bis zu einem ganzen Tag ohne seinen Geliebten sein. Aber wenn die Liebe zur spirituellen Liebe, in Klammer Bhakti, anwächst, kann man allerhöchstens für ein paar Stunden von ihm getrennt sein. Doch wenn diese Liebe zur heiligen Anhaftung, in Klammer Prima Bhakti, heranreift, dann kann der gesegnete Geliebte nicht einmal für einen einzigen Moment von seinem Geliebten getrennt werden.